und herzlich willkommen zurück zu einem neuen live video und was für eine bombe heute einfach mal geplatzt wurde oder geplatzt ist und zwar wurde heute das weihnachtsevent angekündigt und nicht nur das es wurde nicht nur angekündigt sondern es startet auch heute wenn ihr das video seht am 1.12. und ich glaube ich habe es nicht nachgeschaut deswegen vielleicht bin ich nicht richtig aber ich meine zumindest meiner erinnerung nach ist es das früheste weihnachtsevent aller zeiten bei eigentlich starten die also manchmal sogar erst in der dritten dezember woche maximal in der zweiten woche selten in der ersten aber das ist der erste tag vom dezember und schon läuft das weihnachtsevent das ist schon extrem früh vielleicht nicht das früheste aber ich meine schon auf jeden fall ziemlich heftig und ja wir gucken uns das ganze mal ein bisschen an die ankündigung ist leider ich glaube mit einer der schlechtesten überhaupt weil uns so viel zu ziemlich gar keine informationen gegeben werden und gut darüber kann man diskutieren aber das machen wir erst nach dem video auf jeden fall die patch notes also schon schon im video aber am ende des videos fleifige weihnachten 2021 event beginnt awakening reroll event beginnt musikfestival 2021 npc wird entfernt und server stabilität ja noch ein kleiner hinweis von der offiziellen koreanischen fleif seite fleif.com die haben das event noch nicht das wird erst am donnerstag aufgespielt aber ich habe mir gedacht evente haben sie auch schon eine ankündigung wo man vielleicht noch die eine oder andere information heraus lesen kann aber natürlich immer fraglich ist ob das event bei denen genauso kommt wie bei uns deswegen ist immer mit leaks und so muss man immer trotzdem mit vorsicht genießen weil ich meine es wird zwar meistens nichts geändert aber es kann trotzdem sein aber hier gibt es tatsächlich noch keine ankündigung bei denen ist zwar schon mittwoch schon lange sogar zum zeitpunkt dieses videos jetzt also rein wegen zeitverschiebungen so aber leider noch keine ankündigung also ich schätze mal die wird innerhalb der nächsten paar stunden oder heute nacht bei uns heute nacht bei denen dann irgendwann mittags teilweise je nachdem hochgeladen deswegen kann ich die dann noch nicht berücksichtigen aber es ist sowieso so dass ich noch mal ein follow-up video machen werde bei eben viele items sowieso noch nicht bestätigt sind und wir uns die dann in marinen vielleicht noch angucken können ja und dann genug geschwafelt auf zum weihnachtsevent vom umfang her würde ich tatsächlich behaupten und da bin ich mir jetzt aber wirklich sehr sicher dass es zumindest vom letzten jahrzehnt her das umfangloseste ist denn sie haben einiges rausgekürzt vom umfang her ich würde sagen dass die alten weihnachtsevent kompliziert waren aber sie waren halt eben schon sehr umfangreich und das ganze wurde jetzt ein bisschen vereinfacht weil es deutlich weniger items einfach gibt es gibt kein collecten mehr so ist wirklich extrem runtergekattet worden was muss man grundsätzlich zugeben tatsächlich für die einfach also das ist auch neue leute verstehen die das weihnachtsevent noch nie miterlebt haben tatsächlich gar nicht so schlecht ist weil es schon beim weihnachtsevent vor allem immer viele nachfragen gab ja hey welche items brauche ich dafür und was ich check gar nichts und ja gab es schon aber deswegen hätte man trotzdem nicht alles löschen müssen aber gut schauen wir es uns mal an liebe spieler weihnachtsgrüße jagdmonster und verdient euch belohnungen während des fleifige weihnachten 2021 events das event beginnt mit der serverwartung am ersten dezember und endet mit der serverwartung am fünften januar und damit ist es eines der wenigen beziehungsweise überhaupt mal ein event das länger als vier wochen geht sondern satte fünf wochen was schon echt heftig ist das ist verdammt lang es gibt für dieses event ja steht wirklich so da es gibt für diese events verschiedene teile events für dieses event verschiedene teile events also behaltet im auge welche belohnungen zu welchem teilevent gehören und zu welchem event die event items gehören also da auch noch mal der hinweis aber wie gesagt sie haben es schon extrem vereinfacht also früher war es viel komplizierter da gab es viel mehr items also jetzt ist es eigentlich deutlich übersichtlicher geworden ja und dann kommen wir auch schon zu event 1 also durch das besiegen von monstern wird man mit christmas spirits 2021 und red stockings 2021 zufällig belohnt der hinweis hier stimmt immer noch nicht man muss nicht level 15 sein um event items zu droppen nur das level der monster spielt eine rolle das eigene level zumindest um überhaupt drop berechtigt zu sein ist egal also man kann auch mit level 1 schon event items droppen wenn man bei entsprechend hohen monstern aber egal bringt diese items zu event npc sohn des wintergottes in flaris und tauscht sie gegen die folgenden items ein 10 mal christmas spirit und 10 mal red stocking ergibt eine blue christmas medal und zwei blue snowflake also ihr merkt die haben wirklich freude daran die snowflakes und die christmas medals in so ziemlich jeder erdenklichen farbe also nächstes jahr sind dann vielleicht grün übernächst ist ja dann pink und dann orange und dann keine ahnung magenta ich weiß es nicht ja also die färben die jetzt anscheinend jedes jahr in eine neue farbe um wieso auch immer aber wobei blau finde ich tatsächlich besser als gold zumindest bei christmas medals aber ich verstehe warum sich die snowflakes immer ändern mit denen gab es eigentlich nie ein problem aber naja ihr könnt das blue christmas medal item gegen die folgenden items eintauschen zwei blue christmas medal ergeben christmas reception box und 10 blue christmas medal ergeben christmas box 2021 also die christmas medal wurde auch extrem runtergekürzt früher konnte man die gegen mehrere einzelne items tauschen gut es sind seit boxen aber auch hier ist die auswahl jetzt einfach nur noch du nimmst das eine oder das andere und dann die box ist halt wie immer lucky box da kann halt eins der items drin sein also auch hier wurde die auswahlmöglichkeit extrem beschränkt vom umfang her und die eine christmas reception box sind sehr interessante items drin tatsächlich und das ist diesmal nicht sarkastisch gemeint ausnahmsweise und zwar gibt es hier 99.000 also 100.000 hp mp und fp food was tatsächlich ziemlich ich würde sagen gutes ist jetzt übertrieben als kostet zwei christmas medals und du kriegst jeweils nur eins also ich verstehe nicht warum das nicht mindestens fünf oder zehn sind und zumindest zwei wobei bei zwei würde ich das gleiche sagen also fünf oder zehn sollten es meiner meinung nach schon sein weil ich meine effektiv gesehen wie viele christmas medals wirst du haben also wenn man wirklich aktiv spielt keine ahnung vielleicht 10.000 20.000 das ist halt nicht viel also das verbraucht man ja trotzdem relativ schnell auch wenn es nur 100.000 herstellt also naja also die entsprechenden leute die sowas tatsächlich auch benutzen können würden das schon entsprechend verbrauchen und dann die christmas box 2021 die kostet wie gesagt chris blue christmas medals mal zehn also eine box kostet zehn christmas medals da kann drin sein einmal ein seiengebundener cloak of wealth ein rudolf oder cs setzt sagen wir einfach mal so power ups und trostpreise also jetzt nicht so fett wenn man nicht weiß was der cloak of wealth bringt ich habe mal den cs viewer ausgepackt um ihn hier zu suchen hier bringt der mini block plus fünf und range block plus fünf im discord wurde schon geteilt dass er anscheinend auch drop rate plus fünf geben soll ja ist halt ein rätsel sie sagen uns leider nicht was er gibt also muss man wohl wahrscheinlich abwarten bis er dann tatsächlich auch im spiel ist um es hundertprozentig zu bestätigen was das item denn tatsächlich bringt und das war es auch schon mit event 1 dann kommt event 2 und das ist etwas ganz neues ganz schön viel text auch während des events erscheinen besondere monster christmas red chameleon und christmas green chameleon das christmas match chameleon droppt present box 2021 mal 1 sollte da wahrscheinlich stehen aber hier steht einfach nur present box 1 deswegen interpretiere ich das einfach mal frei einmal blue snowflake ein magic stick 2021 zu 100 prozent jedes mal also du droppst bei jedem red chameleon eine present box 2021 eine blue snowflake und ein magic stick und zusätzlich hat man die chance eine shining box 2021 zu erhalten das ist das red chameleon und das green chameleon droppt zu 100 prozent fünf present boxen 2021 10 blue snowflake und ein magic stick und zusätzlich hat man die chance zwei shining box 2021 zu droppen also die beiden droppen im endeffekt die exakt identischen items sie unterscheiden sich lediglich in der menge und zwar extrem also 1 zu 10 blue snowflakes ist schon mal heftig also ein red chameleon droppt nur ein zehntel von den snowflakes das ein green chameleon droppt also green chameleon wenn man es jetzt nur auf die snowflakes beziehen würde ist 10 mal besser also so viel wert wie 10 reds also gar nicht so bad aber die christmas red chameleon erscheinen viel öfter als die christmas green chameleon also haltet nach den grünen ausschau ja damit relativiert sich das ganze wieder weil wenn du keine greens findest dann spielt es keine rolle wie gut die sind weil du wirst nur reds finden zumindest ich meine dass wir haben das noch nicht geschah deswegen kann man es nicht beurteilen aber so wird es wahrscheinlich sein hier ist ich meine wenn die und damit meine ich die entwickler oder wer auch immer diese texte verfasst game master ich weiß es nicht also ich weiß es eigentlich schon aber man weiß es nicht hundertprozent wenn die das schon sagen dann kann man sich sicher sein dass das wahrscheinlich wirklich ätzend sein wird green chameleon zu finden wo ich mich dann halt auch frage warum führen sie es überhaupt ein einfach alle items von den red chameleon mal zwei und das grünen chameleon einfach löschen das jetzt nie existiert also ich meine aber naja wäre zu einfach und das heißt auch dass diese chameleons unsere mischivis present boxen also diese großen roten giggle boxen giggle box giants im endeffekt ersetzen und die damit nicht mehr vorkommen leider im weihnachtsevent haben sie wahrscheinlich gemacht weil die boxen so groß sind große hitboxen sehr viel platz eingenommen haben könnte ich mir vorstellen dass das vielleicht ein grund war warum sie aber chameleons an mit weihnachten verbinden das ist mir dann doch ein bisschen schleierhaft hätte man auch tannenbäume nehmen können sprechende fliegende tannenbäume oder so aber warum nicht chameleons die überhaupt nichts mit weihnachten zu tun haben bringt diese items zum event npc weihnachtsmann in flaris und tauscht sie gegen folgende belohnungen ein also die present boxen sind quasi die event items von den chameleons also obwohl sie present boxen heißen sind das tatsächlich keine boxen die man öffnen kann sondern es sind auch nur event items wie die snowflakes und wie die christmas medals davon sollte man sich nicht verwirren lassen aber entweder landen die eh sowieso im quest item inventar oder spätestens wenn man doppelklick drauf machen sie sich nicht öffnen lassen und das wird wahrscheinlich auch dabei stehen dann stellt man das schon von selber fest auf jeden fall 10 present boxen ergeben eine shining box 2021 und 20 present boxen ergeben eine christmas present box 2021 shining box gibt ein cloak of battle seengebunden und sehr viel der edelsteine eigentlich so ziemlich jeden edelstein den es im spiel gibt ich habe das nicht genau nachgeschaut vielleicht fehlt einer aber ich denke nicht das müsste eigentlich vollständig sein ja und der cloak of battle bringt zumindest laut cs viewer reflect damage plus 5 prozent soll aber angeblich auf 5 prozent pvp damage bringen aber kann ich nicht bestätigen und die wesentlich teurere christmas present box 2021 da ist auch wieder sehr viel cs hauptsächlich drin oder ich würde sagen das ist eigentlich das einzige was da wirklich drin ist black santa set wird hier wahrscheinlich das mit abstand beliebteste beste teuerste sein blue cat mask hat keine effekte keine sorge und der rest sind eigentlich mehr oder weniger trostpreise drei neue power ups die gucken wir uns auch direkt an aber da wird schon die enttäuschung sehr groß sehr schnell sehr groß erstens sind sie seengebunden was sich schon mal grundsätzlich unattraktiv macht vor allem wenn man sie nicht in einer sehr hohen menge hat weil bei seengebundenen power ups ist ja so die nehmen einfach einen inventarplatz permanent weg solange bis man sie eben verbraucht hat und das wiederum bedeutet halt dass wenn man sie schon aufhebt also wenn man einen inventarplatz opfert sei es jetzt im inwieback oder im normalen inventar ist ja vollkommen egal ein inventarplatz ist einfach weg aus allen plätzen das heißt du willst ja nicht fünf gummibären haben und darauf ein halbes jahr sitzen bleiben bis du sie irgendwann mal brauchst so sehr schwach sind egal wie gut das power up ist das lohnt sich auf dauer irgendwo nicht weil der frust durch den belegten inventar platz zumindest auf main carrick dann wo man halt auch power ups benutzt meistens größer ist als die fünf minuten spaß die man mit dem power up dann vielleicht hätte und ja deswegen einerseits problem du wirst davon gar nicht so viel kriegen weil wie gesagt die kostet 20 present boxen also muss schon ganz schön viel farm hin um von den power ups hier ein paar hundert stück zu haben und dann sind sie halt extrem unattraktiv also fünf prozent angriffskraft für fünf minuten ist schon echt also heutzutage ein sehr schlechtes power up fünf minuten generell sehr schlecht dann gut fünf prozent cast time und 80 magie schaden ist würde ich sagen sogar tatsächlich besser weil es einfach nicht so extrem viele cast time power ups gibt aber auch nur fünf minuten ist auch wieder relativ uninteressant und gut melangami bär der wird dann wieder für pvp relevant weil es sowohl fünf prozent hp rate gibt als auch fünf prozent mp rate ist von den drei power ups vermutlich das beste und wahrscheinlich auch teuerste aber spieler kann oder wie sagt man das beliebteste sein wird man kann es ja nicht verkaufen man kann nur die boxen verkaufen aber hält halt eben auch nur fünf minuten das heißt für alle leute außer pvp spieler eventuell ja auch wieder eher uninteressant dann event nummero drei durch andere events erhaltet ihr das quest item blue snowflake ihr könnt ebenfalls das christmas magic dust 2021 item für eine millionen penner vom baby snowman npc kaufen diese zwei items könnt ihr beim daddy snowman npc gegen folgende items eintauschen 3,5 ich sage jetzt immer nur die anzahl das erste ist immer blue snowflake und das zweite ist immer der magic dust 3,5 für christmas pet box 10,30 für weapon box 20,60 für cloak box 30,80 für mask box und 40,100 für custom box was fällt hier auf sie haben die preise der snowflakes extrem verringert gut liegt vielleicht daran dass man snowflakes wobei ich das eigentlich gar nicht sagen würde jetzt schwieriger bekommt aber also ich würde eigentlich sagen man kriegt sie jetzt wenn überhaupt gleich und eher leichter tatsächlich zumindest kommt natürlich darauf an wie krass die chameleons spawnen aber dadurch dass ja jedes chameleon garantiert einen snowflake droppt kannst du halt theoretisch 40 snowflakes rein theoretisch innerhalb von einer minute farmen also wie gesagt rein theoretisch klar natürlich der magic dust die kosten bleiben also jede box das kann man eigentlich einfach in mio umrechnen also 3 snowflakes 5 mio 10 snowflakes 30 mio ich meine das bleibt natürlich das ist ganz schön ätzend auf ictrasil muss man aber dazu sagen 100 mio auf ictrasil ich glaube das juckt nicht mal mehr jemanden der seit 2 minuten spielt also das ist halt ja auf triad sind 100 mio schon noch ziemlich saftig aber ich sag mal so vertretbar also wenn man wirklich was haben will 100 mio ich sag mal das geht schon noch kann man schon noch verkraften das event läuft ja auch noch eine ganze weile von dem her passt das schon aber ja auf jeden fall hier ein paar änderungen im großen und ganzen aber sehr ähnlich zum bisherigen event was das angeht und ja dann gucken wir uns die box mal ein bisschen an die pet box wie es der name schon sagt da sind die hauptgewinne die pets the grinch und cute red pang würde ich persönlich jetzt zwar nicht als hauptgewinne bezeichnen aber das sind die seltensten items und dann leider die rechte spalte ist hier sehr enttäuschend a product sehen gebunden es amplis sehen gebunden sogar der refresher holt es sehen gebunden das einzige was nicht sehen gebunden ist sind die snowflakes also ja ziemlich enttäuschend also ich wüsste nicht warum man sich diese box hier holen sollte ja gut sie kostet nur 5 mio und 3 snowflakes das heißt davon kann man sich ein paar hundert stück holen und es juckt kaum in der brieftasche aber wieso sollte man das tun außer man möchte unbedingt den grinch haben aber naja selber schuld würde ich sagen joo und dann auch schon wieder ab zur christmas weapon box 2021 hier haben wir zwei neue items die ich leider auch nicht hundertprozentig bestätigen kann was die bringen angeblich wieder geschwindigkeit ich kann es nicht bestätigen noch naja verneinen kann ich es auch nicht ich weiß es einfach nicht wird sich später herausstellen was sie dann tatsächlich geben wenn sie wirklich geschwindigkeit geben frage ich mich zumindest der sinnhaftigkeit des rapid ice swords weil wir haben ja schon das und das habe ich euch extra nochmal rausgesucht für die leute die es vielleicht nicht kennen wir haben ja schon das christmas rapid star sword oder christmas wooden sword ich weiß nicht wie es auf deutsch heißt aber auf playpark heißt es ziemlich sicher christmas rapid star sword ähm oder ich glaube im event heißt es auch sowas gibt es nämlich dieses jahr auch wieder also wenn es das wirklich also wenn diese beiden items wirklich diesen effekt haben sollten dann würde ich mich schon sehr wundern weil warum also beim schild okay das verstehe ich ich mein schild gibt es noch nicht mit geschwindigkeit aber warum nochmal das gleiche schwert und dann zusätzlich auch noch sehengebunden weil das christmas rapid star sword ist nämlich nicht sehengebunden wenn ich mich richtig erinnere und ja also keine ahnung es hat ziemlich sinnlos das gleiche item nochmal zu bringen und außerdem sind beide sehengebunden beim ausrüsten was sie natürlich für einen speed char oder wenn man es als speed waffe speed schild wie auch immer benutzt trotzdem attraktiv macht sag ich mal aber dann auch wieder trotzdem ein bisschen downgradet weil gut kommt darauf an wie selten sie sein werden aber selbst wenn sie nicht sehr selten sind wenn man sie auch ein bisschen upgraden möchte dann würde man sie ja vor allem weil sie auch für level 1 wahrscheinlich dann wieder sein werden würde man sie ja auch gerne hin und her tauschen flauschi farm char vielleicht mal dem ringmaster zum tanken dann den main character für dungeons also ein bisschen hin und her tauschen ein bisschen flexibilität wäre wahrscheinlich schon nicht schlecht und die ist hier auf jeden fall komplett rausgenommen durch dieses sehengebunden beim ausrüsten also macht es meiner ansicht nach einfach deutlich unattraktiver weil du es dir wirklich sehr gut überlegen musst will ich es upgraden und wenn ja auf welchem character weil es kostet mich immer ein anbindigen es einem anderen character zu geben ansonsten old guardians weapon box tritium waffen box die gab es ungefähr bei 50 events dieses jahr ich glaube die kann keiner mehr sehen police club ist drin da sind polizei klüppel und ein paar seengebundene g product premium teleport map und so weiter braucht man glaube ich nicht erwähnen ist hier uninteressant dann kommt die christmas cloak box 2021 majestic ice cloak majestic ice queen cloak majestic ice king cloak alles ungebunden christmas tree tree cloak bolo cloak cloak of wealth 30 tage cloak of hunt frontline hero cloak M&F das ist der von diesem Team Fortress 2 wo ihr euch noch dran nennen könnt von playpark wo da was geklaut wurde ich weiß gar nicht mehr was geklaut wurde die spritze oder der rucksack selbst sogar also der cloak wahrscheinlich sogar wenn man nicht mal glaubt sei nicht sicher was genau da geklaut sein soll aber den kriegen wir jetzt hier auch und dann wieder ein paar seengebundene protects ich verstehe nicht warum diese sachen dann ausgerechnet wieder seengebunden ist niemand öffnet die box um eine scroll of item drop low zu kriegen und wenn du sie kriegst dann ist sie direkt seengebunden also dass man die leute immer punishen muss ich verstehe einfach nicht wieso also die hauptgewinne sind ungebunden und die trostpreise sind seengebunden also was ist die logik dahinter ich verstehe es einfach nicht und ja leider kann man zu den cloaks nichts sagen bis auf den christmas tree cloak der kommt aber gleich noch im nachhinein im anschluss also sorry schon mal dafür aber ansonsten kann man zu dem majestic ice zeug und ja gut okay das war es eigentlich in der box tatsächlich schon leider noch nichts sagen was die für effekte haben werden das werden wir erst später herausfinden leider dann kommt die christmas mask box 2021 hier sind ähnlich wie bei der clock box drinnen majestic ice queen crown majestic ice king crown christmas candy cane mask gingerbread mask upgrade carnival mask die gab es tatsächlich schon mal die ist nicht so gut also wenn man nichts besseres hat dann nicht schlecht aber es ist nicht so krass scroll of april seengebunden und lauter seengebundene trostpreise und ja was ist hier drin man weiß es nicht man kennt auch hier die effekte leider wieder nicht deswegen kann ich hier nichts bestätigen noch verneinen muss einfach abwarten ob die items ingame denn tatsächlich dann so aussehen wie sie vielleicht hier und da schon geleakt wurden aber offiziell kriegen wir hier leider keinerlei informationen was ich wirklich immer noch so traurig finde also ich verstehe einfach nicht wieso sie das so machen das ist wirklich unter aller sau und ja aber leider keine informationen für uns und als letztes noch das die christmas costume box wer hätte es erwartet majestic ice queens set und majestic ice kings set hier jetzt aber mit dem entscheidenden unterschied zu maske und cloak weil die waren nämlich beide ungebunden auch beim ausrüsten dass dieses set frage also da verstehe also da hört es bei mit der logik hört es wirklich auf jetzt bei also jetzt hört es wirklich mit der logik auf ja das cs set 4 von 4 ist seengebunden maske und cloak nicht ja restet aus irgendeinem grund ist auch nicht gebunden alles andere ist gebunden wahrscheinlich haben sie bei restet nicht geschafft eine seengebundene version aufzutreiben man weiß es nicht aber ja das ist die gleiche box also das gleiche thema man weiß einfach noch nicht hundertprozentig was die effekte von dem set sein werden kann es nicht hundertprozentig bestätigen zum aktuellen zeitpunkt und deswegen ja leider tappen wir noch im dunkeln und ja dann zu event nummer vier das gute alte bekannte magic stick upgrade event benutzt die 2021 magic stick items die ihr von den chameleon monstern erhalten können für upgrades um sie für besondere belohnungen einzutauschen beim event npc christmas dinner master könnte die abgegradeten 2021 magic stick items für die folgenden belohnungen eintauschen und los geht's 1 2 3 gibt uns nichts dann 4 5 6 gibt uns 3 seengebundene blue snowflakes 7 8 9 gibt uns eine seengebundene lakotte 10 11 12 gibt uns 5 seengebundene holies also die ersten 12 sind schon mal komplett irrelevant dann 13 14 gibt 5 ungebundene change awakening scrolls dann 15 16 gibt uns das bereits erwähnte christmas rapid stars wundensort oder einfach nur christmas rapid stars sort ähm gibt eben geschwindigkeit vermutlich oder womöglich der gleiche effekt wie von dem eisschwert also sollte man sich wahrscheinlich lieber das wundensort holen wobei es natürlich schwieriger zu bekommen ist aber dafür seengebunden äh nicht seengebunden dann 17 18 was neues metheonica pet box 19 gift of santa claus 2021 und 20 white rudolf accessories box also ein neues spruchset außerdem großzügig wie sie sind falls man noch einen plus 20 magic stick vom jahr 2020 übrig hat also plus 20 dann kann man den natürlich eintauschen ja man möchte ja kein unmensch sein für einen plus 15 2021 stick yeah was für ein trost also alle tausend leute die noch einen plus 20er vom letzten jahr haben keine sorge ihr kriegt ein rapid star sort gratis let's go und ja hier findet ihr ein paar details über die items die ihr durch diesen tausch erhalten könnt leider gibt es hier überhaupt keine details also ich weiß nicht genau wie details definiert ist aber für mich ehrlich gesagt so nicht unter details stehe ich mir vor wie sehen die items aus was haben sie für effekte haben sie effekte das hier ist wirklich nur das allergröbste vom gröben vom groben vom gröben alles klar und zwar erfährt man einfach noch was in den boxen drin ist nicht aber was die sachen die in den boxen drin sind denn auch können effektiv aber naja in der methionica pet box ist tatsächlich ein flame king methionica pet drinnen und 4 buff slot release ungebunden das finde ich persönlich eigentlich fast am interessantesten vom gesamten event äh für 17 18 kriegt man es beim magic stick und ja dann läuft dir einfach ein kleiner flame king methionica hinterher der könnte man argumentieren womöglich stärkste boss im spiel läuft sie dann einfach nur als cs pad hinterher und ja und dann die gift of santa claus box die kriegt man für 19 da ist ein santa boat drin und eine christmas sunset mask die seengebunden ist beim ausrüsten die gucken wir uns auch gleich noch an und white rudolf accessory box white rudolf ring zweimal white rudolf necklace einmal und white rudolf earring zweimal also einfach ein neues schmuckset fröhliche feiertage wir wünschen euch viel freude mit diesem besonderen event meine bitte falls das irgendjemand sieht was sehr unwahrscheinlich ist der einfluss auf diese website hat bitte fügt doch endlich einfach mal die informationen der items hinzu ich verstehe nicht warum das nicht möglich ist dass man einfach schreibt was die items für effekte haben es werden neue items ins spiel gebracht und die spieler würden gerne wissen was diese items für effekte haben und zwar auch sicher nicht aus anderen versionen übernommen habe ich auch schon gemacht muss man ja machen leider wie soll man sich anders behelfen wenn man es einfach nicht mitgeteilt bekommt ja aber schön wäre es halt wenn es einfach um auch keine missverständnisse zu erzeugen meine andere spielversion hat diese effekte kriegen wir die gleichen effekte fragezeichen ausholzeichen man weiß es immer nicht bis das event dann tatsächlich auch los geht bei uns deswegen wäre es schon echt cool wenn man die effekte kennen würde und vor allem würden die leute wahrscheinlich sich auch denken oh hammer geil was sind das für effekte lass das mal holen lass mal farmen wenn man die effekte nicht kennt hat glaube ich kaum jemand die motivation hunderte stunden zu grinden für etwas wo er die effekte nicht kennt also ich kann mir nicht vorstellen dass es irgendeine person gibt die sich denkt oh ein neues item ich weiß nicht was es bringt okay ich fahre mit 100 stunden hol es mir und wenn es scheiße ist dann habe ich 100 stunden verschwendet nice also ich denke nicht dass es einen menschen auf dieser erde gibt der so handelt und wenn doch dann tut er mir ehrlich gesagt leid ja und dann sind wir wieder auf einer community seite madrigalenseite mal wieder da anders ja kaum an informationen ranzukommen ist zumindest nicht bei diesem event was ich halt nicht verstehe ist bei manchen event haben sie es jetzt wirklich events haben sie es jetzt wirklich so gemacht da haben wirklich nur vereinzelte items gefehlt oder teilweise waren sogar wirklich mal alle neuen items aufgelistet beim weihnachtsevent ist kein einziges item erklärt bis auf die gummibären ja also ich weiß ich habe es jetzt nicht gezählt es sind über 10 es sind über 20 neue items glaube ich kein einziges item ist erklärt bis auf diese drei dreckigen power ups die komplett irrelevant sind im gesamtbild vom event selbst wenn sie krassere effekte hätten werden sie ziemlich irrelevant verglichen mit den sachen die es sonst so gibt und auch für die man echt geld ausgeben muss ich meine den magic stick auf plus 20 zu upgraden realistisch gesehen schafft man eigentlich nicht ohne geld auszugeben oder ohne das ganze jahr auf ape products gespart zu haben und die sagen dir nicht mal was es für effekte gibt und erwarten aber dass du für hunderte euro ape products kaufst also ich meine what also wo ist da die logik aber naja auf jeden fall der vorher erwähnte christmas tree cloak hat das playpark design und gibt alle stats plus 5 drop amount plus 1 10% exp rate und 15% geschwindigkeit das heißt es ist so ein pseudo cloak of honor er ist nicht ganz so gut würde ich sagen also von den drop cloaks dann definitiv der schlechteste schlecht an sich ist er natürlich nicht auf try it vor allem wird er wahrscheinlich eine extrem hohe beliebtheit erzielen weil es da ja noch gar keinen drop cloak gibt außer den vom letzten jahr den dignity cloak der extrem selten ist also ich glaube es existieren nicht mal 10 stück davon das heißt effektiv hat ihn niemand und ja deswegen wird der cloak dann natürlich schon sehr interessant sein also auf try it vor allem ich denke auf ictrasil jein aber da cloak of honors immer noch für unter 100 mjd auf ictrasil gehandelt werden denke ich nicht dass der cloak da wirklich jetzt also ich meine er wird natürlich für viele leute die kein cloak of honor oder so haben nicht uninteressant sein aber er wird im gesamtbild jetzt nicht so extrem raus stechen genau also das war der cloak als habe ich übersprungen das war der christmas g croc 2021 aus der christmas cloak box die man für 60 mio und 20 blue snowflakes kriegen kann dann die twilight maske das ist diese sunset maske die es eben für den magic stick plus 19 gibt die gibt alle stats plus 10 7% adk 7% hp 7% pve und 7% pvp und ist damit eine sehr gute maske muss man sagen sie gibt zwar nicht wie die black enhanced black cat mask keine drop rate beziehungsweise drop amount whatever also kein drop bonus aber dafür gibt sie weniger pve schaden yes aber zusätzlich noch 7% adk und 7% hp und 7% pvp also so ein bisschen alles ein bisschen was von allem im endeffekt und ja ist definitiv nicht schlecht aber man muss halt magic stick auf bis 19 upgraden was nicht einfach ist kostet im normalfall mehrere hundert a product also mit den entsprechenden kosten leider verbunden und damit kommen wir auch schon zum white rudolph set 2021 auf den ersten blick sieht das set extrem schlecht aus will ich euch gar nicht anlügen also wer das hier sieht und denkt das ist ein gutes set der hat die letzten fünf jahre glaube ich kein flyve gespielt weil das ist trash aber es gibt ja noch die upgraded stats trotzdem kommen wir erstmal zu den base stats die ringe geben jeweils 40 str 40 decks die o ringe geben jeweils 40 str 40 int die necklace gibt 15% ausweichen und 20 reflect damage also quasi nichts wenn man mal ganz ehrlich ist einfach nichts und die set effekte sind alles setzt plus 80 zu gut zugeben ist nicht wenig ja aber solche sets gibt es schon also es gibt schon schmucksets die in etwa das gleiche machen also komplett uninteressant 15% auf beide blockraten 10 geschwindigkeit 20 crit damage 20 cast time also im endeffekt jeden stat im spiel kann man sagen mehr oder weniger vielleicht fehlt der ein oder andere aber angriffstempo zum beispiel ist nicht dabei aber gut ich meine das wird sowieso ignoriert ja so ein bisschen einfach mal alles haben sie sich bei dem schmuckset anscheinend gedacht dann gibt es aber noch upgraded stats also bei den schmucksets an weihnachten ist es immer so und die gibt es grundsätzlich ja auch fast nur an weihnachten es gibt hier und da eine ausnahme das gladiator set zum beispiel aber grundsätzlich sind so die meisten schmucksets vom weihnachtsevent und die kann man meistens durch upgrades noch deutlich besser machen teilweise nicht es gibt sets die clean eigentlich nicht wirklich einen unterschied zum upgrade machen aber es gibt natürlich auch sets die nur durchs upgrade wirklich extrem gut werden und so ein set ist leider auch das white rudolf ring das heißt man muss nicht nur das set bekommen sondern dann nochmal fett geld reinstecken damit das set dann auch wirklich gut ist fangen wir an mit den ringen die ringe die sind hier links die geben additional damage plus 100 auf upgrade stufe 2 und geben dann pro upgrade eben zusätzlichen zusatzschaden und pvp schaden bis zu einem maximum von 1000 zusatzschaden und 7 prozent pvp damage das heißt mal zwei muss man das natürlich rechnen weil es ja der ring ist den man zweimal hat das heißt das wären dann 2000 zusatzschaden was schon nicht schlecht ist aber wir sind ja jetzt erstmal nur beim ring dann die o-ringe die finde ich persönlich deutlich schlechter und zwar geben die dev in prozent und hp rate 1 prozent auf plus 2 bis zu einem maximum von 8 prozent dev und 11 prozent hp ehrlich gesagt wundert es mich ein bisschen warum das hier nur 8 prozent dev sind weil dev objektiv gesehen einfach ein viel schlechterer wert in flyve ist als hp rate da dev grundsätzlich extrem wenig bringt es bringt schon was man viel dev hat es verringert tatsächlich auch den schaden aber in einem bereich wo es vor allem im endgame wirklich gar nicht mehr auf dev ankommt sondern nur noch auf hp rate im endeffekt also entweder du hast genug hp oder du hast nicht genug hp natürlich kann man extrem auf dev gehen aber 8 prozent für plus 20 ist schon extrem schlecht also hier hätte ich mir mehr so 25 prozent erwartet und ja 11 prozent hp finde ich auch nicht heftig weil mal 2 sind es gerade mal 22 prozent hp rate und gut bei o-ringen ist hp rate in prozent meine ich vielleicht sogar erstmalig aber auf jeden fall selten das schon aber es gibt o-ringe die geben extrem viel sta und an dem punkt muss man sich wirklich fragen will ich da nicht lieber ein paar hundert sta durch meine o-ringe kriegen anstatt 22 prozent hp rate und wie gesagt muss es auch noch zusätzlich auf plus 20 upgrade also die o-ringe finde ich persönlich jetzt einfach nicht so gut aber man möchte ja jeden wert von dem spiel in das set pumpen deswegen war es wohl notwendig und dann die necklace die ist wieder sehr interessant die gibt nämlich pve schaden fürs upgraden aus irgendeinem grund auch noch mp rate also keine ahnung warum aber ja bis zu einem maximum von 14 prozent pve schaden auf plus 20 und 22 prozent mp rate das heißt die upgraded stats zusammengefasst das sind einfach die unteren reihen die linken beiden werte mal 2 und der rechte wert mal 1 das heißt 2000 zusatz schaden 14 prozent pvp damage 16 prozent def 22 prozent hp 14 prozent pve und 22 prozent mp plus alle stats die wir uns vorher angeschaut haben also der set effekt und die basis stats also wie ich es vorher schon gesagt habe einfach mal ein bisschen von so ziemlich allem außer attack speed und fp und ja ähm und atk ist tatsächlich auch nicht drin aber dafür ja zusatz schaden grundsätzlich würde ich sagen ist das set auf plus 20 betrachtet selbst wenn man die ohrringe jetzt mal weglässt ziemlich gut würde ich sagen also wie gesagt einfach nur rein die werte betrachtet 2000 zusatz schaden 14 prozent pve ist definitiv nicht schlecht allerdings äh ist es halt schon extrem unwahrscheinlich dass man das ganze auf plus 20 upgrade wobei man natürlich sagen muss vor allem beim zusatz schaden ich meine 900 zusatz schaden ist jetzt nicht sehr viel weniger als 1000 und plus 18 ist deutlich leichter ich meine welten leichter als plus 20 plus 19 ist schon auch schwieriger auf jeden fall plus 18 sage ich mal ist wirklich sehr realistisch mit im verhältnis gesehen wenigen a product ähm bei der kette hingegen ist es aber anders und zwar ist es hier so dass auf plus 17 kriegt man nur 9% auf plus 18 10% auf plus 19 12% und von plus 19 auf plus 20 springt es um 2% was bei pve tatsächlich ein riesiger unterschied ist ähm das heißt bei der kette würde man dann eigentlich schon ja bei der kette ist man eigentlich schon darauf angewiesen dass sie mindestens plus 18 ist wenn nicht sogar plus 19 oder dass man sogar sagt die kette plus 20 weil es erst dann wirklich raus sticht weil es gibt schon Sets wie eben das christmas fairy set 2020 von flife äh vom weihnachtsevent in flife und da hast du halt den pve effekt zum beispiel schon im set effekt eingebaut und musst dir nur durch ein einziges upgrade von der kette ähm den zusatz schaden holen und das ist halt schon ein extremer unterschied ob du den set effekt äh also ob du einen sehr guten wert schon im set effekt hast oder ob du alle guten werte vom set muss man ja wirklich so sagen wenn wir uns nochmal die base stats angucken ich meine was gibt das set 20% crit schaden und 120 str wenn man es jetzt mal auf dem blade bezieht 120 str und 20% crit damage das ist heutzutage nicht gut das ist das ist nicht gut es hört sich viel an wenn man jetzt noch so 2008 2009 sowas im kopf hat dann hört sich das extrem an aber heutzutage ist das einfach nicht mehr gut und dann musst du schon extrem krass viele april jetzt nochmal reinpumpen um halt wirklich auch nur ansatzweise mit dem set effekt vom christmas fairy set 2020 mit zu halten und das ist natürlich schon da muss man sich natürlich schon überlegen ob es das wirklich wert ist also in meinen augen nicht wie gesagt wenn man alles auf plus 20 hätte dann würde ich sagen ist es definitiv ein gutes set aber wenn man dann eben die kosten mit hinzu rechnet also sagt okay wie viel muss ich denn ausgeben um alles auf plus 20 zu haben dann wird das set meiner meinung nach extrem unattraktiv und sehr schlecht selbst wenn man es auf plus 18 vergleichen würde meiner meinung nach absolut nicht worth it also ich würde dafür kein geld ausgeben ich denke mein haupt renner wird trotzdem bei dem set einfach die kette wegen dem mp also ich glaube deswegen haben sie es auch gemacht ganz ehrlich ich glaube das set wurde nicht designt um ein pve set zu sein es ist im endeffekt immer die zweite reihe relevant also bei den o-ringen ist nur die hp rate relevant bei der kette ist nur die mp relevant und bei den ringen sind nur die pvp relevant weil ich denke mal die einzigen spieler die sich hier dieses set wirklich holen und upgraden werden werden keine pve spieler sein sondern nur pvp spieler 22 prozent mp rate ich kenne jetzt die ganzen schmucksets und schmuckteile für pvp asal pp ist nicht auswendig aber soweit ich jetzt einfach mal geraten müsste würde ich sagen 22 prozent mp rate auf der kette ist ziemlich geisteskrank und wird damit wahrscheinlich für pvp schon sehr relevant sein für pvp aber eben nicht ja und dann eben nur mal kurz zum vergleich damit die leute die das christmas fairy set 2020 nicht kennen sehen was ich meine und zwar ist das set vom grundsätzlichen her extrem ähnlich zum white rudolf set wobei ich schon sagen würde dass alleine set effekt bombastisch viel besser ist 25 prozent hp rate und 10 prozent pvp clean damit meiner meinung nach schon haushoch überlegen außerdem die o-ringe wenn ihr euch die stats anguckt die sind plus 3 also die sind quasi ungeupgradet geben 80 str 80 decks also insgesamt 160 str und 160 decks damit null schlechter ist das neue set 160 str 160 int also genau das gleiche im endeffekt alle stets plus 160 weil set effekt vom neuen set ist plus 80 o-ringe plus 40 ringe plus 40 mal 2 also genau das gleiche im endeffekt also nehmen sich nichts der set effekt hier beim christmas fairy set 2020 aber wesentlich besser 25 prozent hp rate 10 prozent pvp damage und auch 20 prozent crit damage das heißt das christmas äh das white rudolfs set verliert hier haushoch schon mal bei den clean vergleichen und dann zugegeben die christmas fairy necklace die ist auch trash wenn sie clean ist allerdings kriegt man wenn man sie upgradet zusatzschaden dazu und ihr seht jetzt meine necklace ist plus 18 und gibt bereits 2800 zusatzschaden auf plus 20 wenn es 3200 zur erinnerung die ringe vom white rudolfs set geben insgesamt auf plus 20 nur 2000 das sind 1200 weniger als die christmas fairy necklace 2020 plus 20 zugegeben dafür gibt die kette von der christmas äh vom white rudolfs set 14 prozent pve schaden auf plus 20 wohingegen das christmas fairy set 2020 immer nur 10 prozent gibt weil es ja der set effekt ist den kann man nicht verbessern das heißt im Endeffekt vergleicht man hier 3200 zusatzschaden und 10 prozent pve mit 2000 zusatzschaden und 14 prozent pve allerdings muss man da dabei bedenken dass die 2000 zusatzschaden und die 14 prozent pve voraussetzen dass du drei mal plus 20 upgrade ist was unendlich viel geld kostet beim christmas fairy set 2020 musst du lediglich ein teil also nur ein drittel der kosten im schnitt zumindest kannst du natürlich immer glück haben aber du kannst auch pech haben ein drittel der kosten nur aufwenden muss beziehungsweise ein drittel der a product das heißt ein immenser ein astronomisch kranker unterschied in den kosten also wirklich extrem kranker kosten unterschied und dann würde ich sogar behaupten und das ist einfach meine persönliche einschätzung würde ich tatsächlich sagen dass 1200 zusatzschaden sogar besser ist als vier prozent pve kommt natürlich immer darauf an das kann man so pauschal nicht sagen müsste man natürlich im also ich denke mal es würde knapp werden der vergleich wird sehr knapp werden ich denke die werte sind nah beieinander ich denke aber trotzdem grundsätzlich dass 1200 zusatzschaden bei den meisten leuten zumindest bei einem blade also bei meinem blade jetzt bin ich mir ziemlich sicher dass 1200 zusatzschaden besser sind als vier prozent pve wie gesagt das kann abhängig von der klasse abhängig vom equipment kann es sich natürlich ändern je schlechter das equipment desto besser ist zusatzschaden je besser das equipment desto besser wird pve schaden das ist immer so ein bisschen rumrechnerei wie gesagt man müsste es um es wirklich zu wissen müsste man es testen trotzdem allein der kosten also allein der der kosten punkt ist für mich so ausschlaggebend dass es schon gar keine rolle mehr spielt und selbst wenn man das alles miteinander vergleicht dann ist es auch einfach unrealistisch drei teile auf plus 20 zu upgraden also wer schon mal selber ein magic stick plus 20 geupgradet hat allein das ist schon schwierig und dann nochmal drei teile auf plus 20 zu upgraden ich meine ihr seht es ein jahr nachdem ich das set bekommen habe oder fast ein jahr sind eigentlich erst elf monate eigentlich sogar erst zehn tatsächlich weil ich es ende januar bekommen habe und jetzt ist ende november also eigentlich habe ich es erst seit zehn Monaten habe ich es immer noch auf plus 18 also es ist einfach wirklich nicht so einfach ohne echt geld auszugeben hier so ein ding plus 20 zu upgraden und das ganze dreimal beziehungsweise vier mal magic stick plus beide ringe plus die kette also sei mal seid mal nicht böse aber bis dahin ist wieder weihnachten bis dahin kommt das nächste schmuck set und wenn das wieder besser ist hast du alles umsonst gemacht und hast sowieso grundsätzlich kein wirklich besseres set als das set vom jahr zuvor also ich würde jedem pv spieler dringend davon abraten das white rudolfs set zu upgraden zumindest sehr hoch zu upgraden also wenn ihr es euch holt dann macht es alles plus 15 oder so das ist auch grund solides set aber ich würde niemals probieren das irgendwie zum besten set überhaupt zu machen und das geht ging ja eben nur wenn man es irgendwie plus 20 macht und selbst dann bin ich mir wie gesagt sehr sicher dass es nicht mal ansatzweise an die beste schmuck kombo rankommt beziehungsweise nicht mal das christmas fairies der 2020 rankommt und ja unter hinter dem hintergrund würde ich es einfach ganz sein lassen also das ist ein set das man definitiv nicht haben muss was man natürlich machen könnte ist man holt sich nur die kette beziehungsweise nur die ringe und kombiniert das anderweitig also man könnte zum beispiel bei der ringe vom white rudolf set mit der christmas fairies necklace plus 20 äh 2020 kombinieren also quasi 2000 zu jetzt mal angenommen sie sind wieder plus 20 2000 zusatz schaden von den white rudolf ringen plus die christmas fairy kette das heißt man könnte dann auf insgesamt 5200 zusatz schaden kommen nur durch ringe und kette aber gut da reden wir natürlich auch wieder über den kostenpunkt nicht in dem fall könnte man natürlich machen aber schmucksets aufzuteilen und so ist natürlich auch immer eine sache das muss jeder selber entscheiden ob er das wirklich machen will weil das je nachdem kann gut laufen kann aber auch schlecht laufen dass man die einzelnen teile dann entweder nicht los bekommt oder anderweitige gründe dafür sind dass das vielleicht keine so gute idee ist wie sich dann irgendwann in der zukunft dann vielleicht raus stellen wird so das video ist jetzt glaube ich ziemlich lang ich habe insgesamt hier 22 elemente in meinem ordner über so lange habe ich geredet crazy mache ich gar nicht mein vorhaben aber ich werde ich werde also wirklich mir kann keiner einen vorwurf machen oh wieso machst du diese videos so lang ich fange an zu streamen und es kommen insgesamt 17 fragen die ich in diesem video beantworte und ich werde das gesamte weihnachts event nichts anderes machen als sagen schau dir das video an wenn du es wirklich wissen willst weil ich habe es sehr ausführlich gemacht ich habe alles erklärt ich hoffe ich habe nichts vergessen was mir leidtut ist dass jetzt ein paar items fehlen wie eben diese majestic star äh ne majestic ice sachen da muss man aber ganz ehrlich sagen das ist einfach gala schuld es wird aber definitiv noch ein follow-up video geben also ich denke mal madriga inside wird das noch zeitnah posten beziehungsweise wird es nach der erwartung wahrscheinlich auch im cs viewer drin sein dann kann ich es theoretisch auch selber nachschauen so oder so ich werde noch ein follow-up video machen wann kann ich euch nicht sagen wahrscheinlich noch diese wochen dieses bis zu diesem wochenende wo dann die einem die fehlenden sachen noch mit drin sind wo wir auch noch mal sicherheit haben wie gesagt ein paar sachen wurden jetzt vorher schon gesagt was die bringen sollen angeblich will ich aber auf jeden fall noch abwarten ob das auch wirklich stimmt was jetzt zum aktuellen zeitpunkt nicht kann und ja wie gesagt da wird es dann einfach noch ein video geben das werde ich dann unten auch verlinken damit dann die leute die es in der zukunft noch sehen auch diese infos noch kriegen und ja ansonsten wie gesagt sorry dafür aber da kann ich leider auch nichts für dass die so inkompetent sind dass man nicht mal neue items hier auflöstet was die für effekte bringen finde ich einfach wirklich sehr sehr schade und ja damit war es das mit dem video ich würde mich wie immer sehr über ein like kommentaren abo von euch freuen und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin macht's kurz rein ciao ciao